Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo es ist jetzt endlich soweit es gibt die Astroneer dedicated server und ich habe es mir nicht nehmen lassen wie schon oft gesagt ich möchte einen eigenen server machen ich habe mir einen gemietet und natürlich will ich ja den mit euch teilen damit wir auch zusammen dann spielen können und das ganze wird so ablaufen ich werde dann vielleicht auch immer wieder aufgaben machen dass wir irgendwas spezielles wie soll ich sagen jeder soll irgendwas spezielles machen oder so dann werde ich mir noch überlegen ihr könnt auch gerne eure wünsche oder vorschläge in die kommentare packen aber nicht länger drum herum gequatscht wie ihr ja auf den server kommt zeige ich euch jetzt ganz einfach ich habe mal unten in die beschreibung den discord link gepackt das machen wir nämlich alles über den discord ja wenn ihr auf den link klickt dann müsst ihr zuerst mal bestätigen dass ihr der latrox community beitreten möchtet und dann seht ihr hier dann auf der linken seite in europa euch im discord dieses latrox logo und ihr habt zuerst nur die lobby dann müsst ihr euch das gut durchlesen und diese regeln befolgen wenn ihr das gemacht habt dann einfach hier auf den grünen haken klicken dann wird euch der ganze discord freigeschalten und hier unter member austrian community server werde ich dann alle nötigen infos rein posten die sind jetzt noch nicht hier das kommt erst nach dem video das kann auch sein dass ich da vielleicht das kennwort oder so weil ich werde den server kennwort sichern kann sein dass sich das kennwort ändert kann auch sein dass ich irgendwann die community also den server privat mache und nur ausgewählte leute das werden wir alle schauen aber die infos alle im discord ja so also wenn ihr dann hier die die server ip mit bord und kennwort habt dann müssen wir ins game und da sehen wir uns gleich jetzt sind wir im game und wir müssen folgendes machen um den server hinzuzufügen was ich auch noch anmerken möchte ist der server funktioniert für xbox und für pc also egal ob es für windows store oder steam ist oder halt generell xbox dann könnt ihr join mehr ist leider nicht kompatibel das ist auch ein offizieller server wo dann auch die erforderung und alles zählen das kann ich euch dann zeigen so aber ihr müsst jetzt einfach nur hier auf die zwei astronauten klicken dann hier auf dedizierte server und dann seht ihr jetzt schon meinen ladrucks community server leider ist das maximum von dem server generell auf 8 es geht gar nicht höher aktuell für ich weiß auch nicht ob es jemals höher gehen wird ihr müsst dann einfach nur hier auf hinzufügen klicken gibt dann den url ein den ihr ja im discord gesehen habt bei spitznamen könnt ihr dann einfach ja euch was selbst definieren oder am besten schreibt ist so wie ich ladrucks community server das kann man sich frei wählen klickt dann auf server hinzufügen und ja das ist es dann auch schon dann hat man den so wie ich hier dann können wir da kann man auch dann das passwort eingeben das ist hier als e ausgibt ja sieht man nicht man braucht dann hier nur auf spiel beitreten klicken dann lädt das ganze und das hat mich beim ersten mal ziemlich verwirrt wie man dann auch ins spiel einsteigt wenn das jetzt fertig geladen hat dann okay ich bin jetzt schon drin ich kann euch das jetzt gar nicht wirklich zeigen man muss dann nämlich extra noch mal beitreten ja es kommt nämlich hier kann man dann starten also ich kann es euch jetzt leider nicht genau demonstrieren aber ja es gibt dann hier einen punkt wie man dann in die welt startet da muss man sich in einen astronauten aussuchen die den skin und so weiter und dann kann man starten und man landet dann halt hier ich habe da jetzt im prinzip noch nichts gemacht das möchte ich euch da nochmal euch überlassen es kann auch sein dass wir den server immer wieder mal zurücksetzen dass wir vielleicht ja ein event machen dass wir sagen okay ich möchte von euch dass jeder seine eigene sache baut und ich werde mir das dann anschauen und bewerten oder so so habe ich mir das irgendwie im kopf gedacht es wäre auf jeden fall sehr cool wie gesagt wenn ihr dazu ideen habt gerne unten in die kommentare würde mich riesig freuen und das wäre eigentlich schon das ganze info video wenn euch das ganze gefallen hat und wenn ihr dabei sein wollt gerne einen daumen nach oben da lassen abo nicht vergessen und natürlich freue ich mich wenn wir bei uns beim nächsten video oder live stream wieder sehen bis dahin ciao